und damit ein hallo und herzlich willkommen zurück ja mal hier unten was der jetzt hier hat handeln ich brauche deine karotten ich kann doch karotten kaufen sehen und was kostet mich karottensamen 9 ja fertig karotten kaufen oder also das macht jetzt nicht dann verdicken wir kurz den anderen kram sondern es geht wieder aus ärgerlich echt ärgerlich also hier habe ich irgendwas was er nennt wir gucken mal aus dem weg ich dachte gerade schon ja nichts was er von mir kaufen okay dann gehen wir mal zum holztypen der kann natürlich auch nicht im ort wohnen sondern muss am arsch der welt wohnen du kannst die haben die holzbretter jetzt mehr gebracht ja die holzbretter haben auch fünf stück bringen das ne kummer die holzbretter bringen mehr okay dann stellen wir nur noch holzbretter her bringen die her okay krass ja gut dann müssten wir jetzt ja wieder unsere 30 haben ja sehr schön was hat er denn außerhalb nachdem kann er mir keine kühe verkaufen und günstig aber immerhin haben wir zehn karotten können wir hinlegen dann kriegen wir wieder neue leute und dann kann ich wozu braucht sich das fett dann nochmal ich habe schon vergessen das ist so schrecklich ist man so ein schusselkopf wo war das denn jetzt was war das wo brauchte ich diese drei ach ja fürs öl stimmt um öl herzustellen irgendwer wollte nämlich auch öl haben ich bin mir jetzt nicht mehr sicher wer aber ist ok genau so jetzt ist es jetzt fertig sehr schön dann gucken wir doch mal ob wir jetzt hier irgendwas basteln können wir haben genug brennstoff da genau damit können wir dann stahl herstellen stellen ok dann machen wir auch mal das maximale an stahlbarren wunderbar sehr schön dann können wir jetzt auch wirklich bessere sachen können wir das hier oben erweitern und na ja das ist super das wird super ok ähm ich weiß gar nicht was wir mit dem buch wollen 30 zerlegt werden ah ok weiß ich jetzt aber gar nicht zerlegen der linsen ich weiß gar nicht was man mit den linsen alles machen soll mal so viel esskrams wir brauchen halt mehr rezepte ne ja tief in tief brauchen wir mehr rezepte jetzt will ich erstmal hier ja mit dem öl ne könnte man fisch nuggets machen äh ich lasse mir kurz das fleisch anbraten ist auch noch blut und dies und das ja das haben wir halt auch alles unten warte mal genau das bringen wir mal runter in den keller dann können wir die truhe nämlich mal anderweitig nutzen und nicht nur für diesen ganzen krams genau was war das was war das so warte ist sie auch noch weg nein 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 das nicht was war das ich brauche totenschädel ne ja haben wir schon ein teil geschafft das ist die dramatische musik blutige nägel ja ist nichts dabei Hier, warte mal. Er muss halt immer reingehen, einen Platt machen. Also die spawnen ja zum Glück nicht neu. Hm, genau. Und jetzt müssen wir wieder zurückziehen. Das ist gar zu kritisch. Verdammt. Ja, brauchen wir Heiltränke oder sowas. Müssen wir uns mehr darauf konzentrieren. Was ist das immer für ein Geräusch? Eigenartig. Aber ich glaube, wir haben genug blutige... Nee, wir haben nicht genug blutige Nägel. Noch nicht. Sehr seltsam. Ja, komm, legen wir uns hin. Ruhen uns kurz aus und dann gehen wir da noch mal rein. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht mit... Ah, okay. Das Essen, sehr schön. Ausruhen kurz, brauchen noch Lebensenergie. Und dann sehen wir uns einfach, würde ich sagen, ganz entspannt beim nächsten Mal wieder. Anyways, äh. Bis zum nächsten Mal. Äh, okay.